Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei so einer Gasflasche eigentlich den Füllstand ganz einfach und schnell ermitteln kann, um einfach danach sofort zu wissen, wie lange das Gas zum Grillen noch hält. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige dir jetzt mal zwei verschiedene Methoden und die erste ist auf jeden Fall ausreichend, um hier mal den groben Füllstand zu erkennen. Hierfür benötige ich mal heißes Wasser und dieses gieße ich jetzt einfach über meine Gasflasche drüber. Und keine Angst, hier kann nichts passieren, denn laut Experten ist die Gasflasche natürlich für viel extremere Bedingungen geeignet. Nun gehe ich mal mit meinen Fingern von unten nach oben vorsichtig über die Oberfläche drüber. Hier unten ist es noch relativ kühl, also die Temperatur hat sich nicht stark verändert. Und hier erkenne ich jetzt schon mit meinen Fingern, dass hier auf jeden Fall ein Umschwung ist, von kalt auf heiß. Was bedeutet, dass hier auch in etwa mein Füllstand jetzt ist und ich würde sagen, bei mir sollte das noch etwa ein Drittel von der Gasflasche sein. Diese Methode funktioniert übrigens so gut, da das Propan bzw. Butangas hier unten flüssig ist und hier oben im gasförmigen Zustand vorliegt. Und das heiße Wasser, was ich jetzt hier über meine Oberfläche drüber gebe, wird hier unten relativ gut abgekühlt. Bedeutet einfach, das flüssige Gas entzieht meiner Wand hier sofort die Energie, weswegen es jetzt auch nicht so heiß ist. Und hier oben beim gasförmigen Zustand wird die Energie bzw. die Wärme nicht so gut aufgenommen, weswegen diese jetzt in unserer Wand hier außen bleibt, was ich mit den Fingern sehr gut spüren kann. Methode Nummer 2 ist jetzt deutlich genauer und hierfür benötigen wir entweder eine Personenwaage oder so eine spezielle Kofferwaage hier. Und damit kann ich jetzt nämlich mal meine Gasflasche wiegen und wichtig ist aber, dass der Gasschlag auf jeden Fall abseilen muss. Jedoch sollte die Schutzkappe auf jeden Fall drauf bleiben. In meinem Fall wiegt die Flasche jetzt knapp 13,5 Kilo, was ich mir erst einmal notiere. Außerdem benötigen wir mal noch das sogenannte TADA-Gewicht. Bei mir sind das hier jetzt nämlich genau 10,5 Kilogramm, was einfach bedeutet, das ist das Leergewicht meiner Flasche hier ohne den Inhalt. Und wenn ich jetzt diese 10,5 Kilogramm von den 13,5 Kilogramm, die ich gerade eben gemessen habe, abziehe, dann bleibt noch 3 Kilogramm übrig, was ich hier also in meiner Gasflasche als Inhalt drinnen habe. Wenn wir jetzt noch das Füllgewicht hier anschauen, was bei mir genau 11 Kilogramm beträgt, dann kommen wir mit der ersten Methode, wo wir herausgefunden haben, dass ungefähr noch ein Drittel in der Flasche sein sollte, doch auch relativ gut hin. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie lange diese Flasche eigentlich noch für den Grill hält. Hierfür müssen wir mal noch in die Betriebsanleitung von unserem Gasgrill reinschauen. Diese konnte ich übrigens auf Google auch ganz leicht finden und hier konnte ich erkennen, dass mein Grill jetzt genau 0,8 Kilogramm an Gas pro Stunde und da voll das benötigt. Heißt, ich teile einfach mal die 3 Kilo, die wohl in meiner Flasche noch drin sind, durch die 0,8 Kilogramm pro Stunde und komme hier hinten bei knapp 4 Stunden heraus, wo ich also mit meiner Gasflasche jetzt noch grillen könnte. Da das Ganze aber normalerweise auch nicht immer auf Volllast läuft, also bei mir sage ich immer so zur Hälfte ungefähr, kann ich das Ergebnis hinten nochmal doppelt nehmen und komme dann auf etwa 7 bis 8 Stunden, wo ich mit meiner Flasche noch grillen kann. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp an alle Grillfans. Ich persönlich habe immer zwei solche Gasflaschen zu Hause, hat einfach den Sinn, falls das Gas unter dem Grillen jetzt mal doch zu Ende geht, dann muss ich das Grillen nicht unterbrechen und extra in einen Baumarkt fahren, um ein neues Gas zu besorgen, sondern habe immer eine Ersatzflasche zu Hause. Und somit haben wir jetzt dann auch schon den Füllstand von unserer Gasflasche richtig ermittelt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so eine Kofferwaage hier, eine Ersatzflasche oder vielleicht auch irgendein Zubehör für deinen Grill, wie zum Beispiel Grillbürste oder Grillzangen zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten von Markenherstellern auf Amazon. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.